Hallöchen und herzlich Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die Fette Rukette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Review-Hörprobe hier auf meinem Kanal. Und gestern ist es gekommen, das neue Album Feuerschwanz und Fegefeuer. Es ist endlich da. Ich habe mir das ganze über EMP bestellen müssen, da Napalm Records so schnell ausverkauft war. Ihr seht, das ist ein Beutel. Ja, wir packen das Ganze jetzt aus. Wir machen gleich ein Unboxing. Ihr wisst das Ganze, wie es läuft. Ich habe mir das Album jetzt schon mehrmals angehört. Da ich es in digitaler Version natürlich auch schon habe. Und hier sehen wir das wunderbare Stück Vinyl. Ja, hier hinten seht ihr es auch. Ja, ich weiß, das Ganze ist ein bisschen sehr beleuchtet. Wir schauen uns das gleich ganz entspannt an. Doch bevor es losgeht, würde ich sagen, hier mal ein kleiner Einstieg. Wir haben zwar eine Reaction gemacht, aber hier ist für euch erstmal Secret Dragon Slayer als Einstieg in das Album Fegefeuer von Feuerschwanz. Fegefeuer von Feuerschwanz. ja freunde da sind wir ihr seht ja das ganze ist auch noch eingepackt das werden wir jetzt mal schauen wie wir das ganze am besten hier lösen ohne es irgendwie ja das sieht doch gut aus also ich muss ehrlich sagen bei dem feuerschwanz bei napalm record sind und die mit hammer ein sehr sehr starkes album vorgelegt haben danach kann man das öftige boot dann kam ja am ende memento mori und ich dachte mir so mit mori war unfassbar gut und wie wollen sie das noch toppen und tatsächlich kann ich euch sagen sie haben es mit fegefeuer wirklich wunderbar geschafft also guckt euch das ganze mal an ich muss mal das ganze jetzt ein bisschen platz machen jetzt gar nicht mehr einfach das album ist wirklich absolute granate schaut euch mal an wie geil das aussieht herrlich so hier haben wir natürlich ist mir drin aber guckt euch das mal an wie geil das aussieht herrlich einfach nur herrlich wie gesagt das ganze album ist absolut genial ach guck mal hier ja voller herrlich ich weiß jetzt gar nicht was das genau ist okay wir haben wir halt auch drin wir werden jetzt aber mal das sieht so gut aus so genau das booklet wunderbar groß und hoch herrlich ja jetzt kann man auch das eigentlich wunderbar machen und siegfried dragon slayer ein wunderbarer open hat mein bastard von asgard haben wir ja auch mittlerweile reaction gemacht auch guckt euch mal hier berserker mode auch hammer hammer geil ist so wahrscheinlich so mit der ja würde ich schon sagen so mit der eher so der lustigste song in anführungszeichen hallo guckt euch mein hauptmann an stolz voller ehre und seine rüstung ich habe ja schon mal gesagt ich gefühlt wird sie immer 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 größer irgendwann irgendwann ist er einfach nur noch eine festung der typ ich mag ihn generell da steht auch der hauptmann dank ich danke vom ganzen herzen meinen eltern und natürlich meiner ganzen familie ich bin sehr dankbar dafür dass ich noch einmal ein so großartiges kapitel mit voll schwanz erleben darf und danke der ganzen voll schwanz familie für den zusammen halt durch dünn und geil das ist auch gut ich bin ich bin dankbar für die energie und treue unser begleiter hinter und auf der bühne ich bin sehr dafür dass ich noch so viel energie mit trage die gelebt und liebt werden muss ich auch würde ich sagen also der hauptmann ist ja glaube ich auch der gründer von feuerschwanz und absolut mega mega gut genauer noch mal beserker mod absolut toller song habe mir persönlich ja ich liebe den song ich halte ihn sehr sehr oft und feiere den song einfach absolut knochenkarussell haben wir ja gestern gemacht brauche ich gar nicht viel zu erklären hier wo die auch ebenfalls sehr stolz aber muss überlegen wie kunterbunt die leute früher waren vor wenigen jahren noch und wenn man sich jetzt anguckt diese ja ranzigen dreckigen lederklamotten schön mit diesen mit diesen ketten hier mega geil und ich finde auch geil dass wo die mittlerweile ja viele opener von den songs so extrem hoch singt und wo die dankt ich danke momo für einfach alles seine frau mittlerweile ich glaube ich habe geheiratet ich glaube auch der hauptmann hat sie getraut großer dank geht meiner gesamten musikalischen umfeld simon felix die daten jungen und unseren gesamten kurs und unermüdlichen einsatz von rock'n'roll nikola und annika fichte dank an unseren epischen zwergen chor btm guitars nürnberg sander chris von zippe backpipes und allen folkmette verrückten da draußen wo die spielt säcke sehr gut säcke rauchpfeifen oh gott pipes von jens künzel säcke von rock gott ja okay die ganzen instrumente lässt sich erstmal nicht vor hier johanna auch super toll auch die haben wir alle soviel text haben alle soviel text okay ich würde sagen die instrumente lassen wir jetzt einfach mal außen vor aber fegefeuer und da muss ich ganz ehrlich sagen leute ich habe mir den song angehört und da gibt es eine passage da also da dachte ich mir so was geht denn da jetzt ab ich weiß doch gar nicht wer von den beiden jungs das singt ob poli oder der hauptmann aber ganz ehrlich ich zeige euch jetzt meine stelle von fegefeuer die ich meine und da ist da dachte ich mir dann würde ich so wort der herr bis jetzt bis jetzt und was sagt ihr dazu ich finde es krass es ist wirklich so ein kompletter ausbruch mitten im song und ich fand das überraschend da hätte ich im leben nicht erwartet muss ich ganz ehrlich sagen aber auch wirklich ein toller song der titel zum album klar wo einer auch also generell alle mitglieder haben sich ja extrem gewandelt und mal ganz kurz ich danke joshua für ganz viel liebe meiner familie und meinen freunden die für rückhalt und unterstützung also ein besonderer dank gilt kathrin und jen für viel freundschaft und rückenfreiheiten wenn ich wieder mal unterwegs bin ich bedenke ich bedanke mich bei caroline albrecht vom kumpels und instruments deren tollen instrument sich spielen darf ich danke an die für die großartige zusammenarbeit gemeinsam sind wir stark einen großen dank an all die menschen im feuerschwanz team egal auf booking label crew und die vielen fleißigen händen die noch im hintergrund mit anpacken ich arbeite unfassbar gerne mit euch zusammen ohne euch würde hier gar nichts funktionieren und zum schluss geht mir besonders an meine bandfamilie jeder von euch das für sich einzigartig großartig ich freue mich ganz viel abenteuer durch mich auch schon seit fast anfang an dabei ich bin mir gerade gar nicht so hundertprozentig sicher ja und die horde muss ich ja sagen die horde auch ein toller song ich habe erst gesagt das ist so ja könnte man eigentlich schon sagen so das mit das trinkglied irgendwie ich bin mir jetzt also trink spaß würde ich jetzt einfach mal behaupten so der song glaube ich auf den man gut mit brüllen kann und ich gebe euch da jetzt einfach mal einen kleinen einblick also viel spaß mit feuerschwanz und die horde alles für die horde ja mega geil oder und wie gesagt hans auch wirklich ein unglaublich guter guitarist hat ja auch eine tolle nebenband bedankt auf so gut mit melissa bonnie und der jenny ebenfalls von feuerschwanz eine tänzerin wir haben schon auch noch zu kommen und hans dank danke an inge janatil melissa morten und jenny also will es am morgen und jenny sind ja hier und die zweite musikalische heimat der dachzeit auch zum huhn die frau muss bei mir hans peter ist jetzt mal die kann man jetzt nicht vor an die siri okay das sind alles namen das ist jetzt einfach mal ein bisschen bisher aus weil es ganz viele namen sind und das könnt ihr ja auch alles nachlesen aber hans wirklich unglaublich guter guitarist und hier haben wir auch noch mal das schöne bild das auch wirklich ich weiß es ist ein bisschen überblendet durch das ganze licht hier was ich hier habe aber da ist also mittlerweile wirklich eine unfassbar starke band geboren meine erzielen jetzt nicht umsonst auch die metal hammer da gab es ja die maximum beserker wo zwei songs mittlerweile auf englisch gesungen werden ich habe es leider nicht geschafft in die metal hammer einzuschauen das tut mir leid auf zeitlichen gründen habe ich es nicht geschafft aber kocht euch das sehr interessanter artikel auch zur offer metal da kommt morgen ist auch eine review also nur so mal als hinweis jane am bass natürlich okay ganz ehrlich da habe ich mich mega drauf gefreut als ich das gehört habe dass der oka ich bin ja ich liebe herr der ringe und ich bin vorher schon seit herr der ringe das passt wirklich ziemlich gut und ja okay mehr texte bei ben und guck mal hier musik hat ben hans platz und simon michael von sapo des heli mitgearbeitet ich glaube das ist simon michael und uro kai ich blende euch einfach mal ein agrisch und dieser song darum hört ihr auf euren herrn und meister saruman also viel spaß mit uro kai ist und deckt die schilder breit und das fährt fest in der hand darum hört auf euren herrn und meister es gibt kein morgen für die menschheit nur die eiserne faust ich finde es ein absolut starker starken song habe auch einfach mega viel spaß gehabt generell gesagt das ganze album ist unfassbar gut ich hätte nach memento mori nicht gedacht dass voll schwanz noch mal so ein drauf hätten herr hämmern aber ich habe es einfach geschafft und du merkst einfach dass die unfassbar viel bock und spaß haben und ich glaube wir können uns einfach noch eine ganze zeit lang auf mehr von feuerschwanz freuen und jane dankt oh gott beim sommer gedanken geht an meine familie und freunde die mich immer unterstützen und zu jeder zeit zu mir halten insbesondere mama conny lena leo jenny arne brett und damien ich möchte mich weiterhin bei marcus k und daniel marcus f bedanken ihr haltet mir selbst in den stressigen phasen den rückenfall und ich wäre das hier alles nicht möglich ich danke den ganzen mori team für die wunderschönen instrumenten und die tolle unterstützung zu guter letztwillig wir hatten voll schwanz haben wir danken jeder einzelne von euch bereitet und mein leben ungemein danke dass ihr euch allen erleben darf auch wirklich toll ja nicht so genau weiß gar nicht seit wann er dabei ist ist ja schon seit meter dabei oder erst seit dem höchsten gebote ich glaube seit mit hermann glaube ich bin mir gar nicht noch früher weil ich finde dieses rollo klar der neue zugang an den drums highlander stimmt es gab ja auch noch den song highlander wie gesagt also ich kann natürlich nur empfehlen kauft euch das album sei es digital sei es in physischer form er sich auch mega cool aus auch mit dieser ax und diese rüstung hier dieses ja nordische ja auch mit dem tatou und sowas ist einfach geil aus elendern also eigentlich hast du hier wirklich kurz überlegen du hast den nordischen das der highlander du hast die herr der ringe drin und irgendwas war noch dass mir ist mir gerade ein feind der ringe highlander über noch glaube ich ist jetzt gelassen ich denke meiner familie aus tiefsten herzen rollo dank für jeden gemeinsamen schritt und die unterstützung oder sind wir so viele namen ich lasse jetzt einfach aus meinen freunden felix johannes marcelo und raphael geht wieder so viele namen ein wer daran geht dem land schottland das ist so tollen whisky produziert weil rollo ist glaube ich sind sehr großer whisky liebhaber das sieht man glaube ich auf instagram auch tausend an axel winkler von tamar germany sie wie siebert und sky description und dem team bei music wein für ihre tollen instrument und ein unendlich großes dankeschön geht an die gesamte freundschaft von mir ohne eure musikideen energie und freundschaft würde es das alles nicht geben ich habe das glück mit dem tollsten musikern und der besten kluge arbeit ja also ich finde es auch toll ich finde es auch schön dass sie jeder ich bedanken durfte hier aber auch die jenny die auch an der hafe bei the dark side of the moon mitspielt morrigan auch ein guter song muss ich persönlich sagen aber nicht so mega geil wie die anderen songs nicht dass das noch schlecht ist aber nicht so geil also das ist halt geschmackssache aber für euch morrigan morrigan ja jetzt könnt ihr euch selber ein urteil bilder ich möchte noch kurz sagen ich danke meiner gesamten vollstandsfamilie gemeinsam dürfen wir unvergessliche momente erschaffen unternehmen auf weitere jahre voller rock'n'roll ich danke meinen film factory jungs atem und den überreicht hat mein leben ich danke mama papa jenny arrobert ich sage ich lasse ich lasse ich lasse die namen einfach mal ein bisschen außen vor den sollen die mir halt im chaos geben ich danke meiner dark side of the moon familie mit amorten und vor allem voran hans ich danke dass du an mich glaubst und dank an alle anderen sterne die immer zu mir stehen sehr schön tanz und performance und da haben wir noch genau die muschmusch die jetzt auch durch seit ewigkeiten mit dabei ist ehrlich ich dachte ja früher ja mir würde ich auch mal explodieren lassen ist alles glücklich green screen eis und feuer auch sehr schön ich glaube dass ich hoffe ich verwechsel das gerade nicht mehr ich glaube das mit der so der folgigste song da sagt man dazu der folgigste mitte alter song ihr merkt schon ich ziehe das wir dürfte jetzt gar nicht mehr kommen genau ich sage also erstmal für euch eis und so dann kommen wir noch kurz zu muschmusch dankt das relativ übersichtlich danke allen menschen die mich inspirieren groß zu denken und mich auf einen weg und mein abenteuer mit liebe begleiten flügel anschieben und herausfahren und unterstützen sky is the limit ja kommt man nicht anders sagen auch sehr schön wenn man mit dabei weil küren sehr geehrte text hat ruhig kurz nach text hat durch fast alle ben gemacht so wie ich das hier sehe wenn 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 nimmt dieser mann peter henry sieg ich weiß gar nichts ist das ich glaube das ist der hauptmann der peter ich glaube peter ist glaube ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher aber ich glaube ja also wenn ich weiß nicht wo der man diese zeit hat er noch datan young nebenbei wahnsinn genau weil küren auch ein unfassbar starker song und ich habe auch eine kritik muss ich an dem album äußern kommen wir gleich zu aber küren erstmal für euch weil ich finde diesen song unfassbar stark ich glaube das war der der sehr viele extreme fukelemente drin hat deswegen für euch jetzt bei küren von feuerschwanz bringt mich ein bringt mich ein bringt mich ein balkyren bringt mich ein mit des mondes hellen schein mir zum geleit bringt mich ein bringt mich ein balkyren bringt mich ein auf alle Flügel leite ich einen Odinstein ja ihr seht schon ich aber ich will euch einfach das alles auch zeigen damit ihr mal im blick habt für alle die leute die sich das jetzt nicht holen können weil es entweder ausverkauft ist oder sowas aber hier auch noch mal feuerschwanz hauptmann hudi johanna hans jane rollo muschmusch auch würde ich eine absolute live granate sind einfach feuerschwanz und ich kann ich würde ich nur sagen wenn ihr die chance habt feuerschwanz zu sehen schaut euch die band an die sind live haben wir eine unfassbare energie und ausstrahlung und ja ich habe gesagt ich werde ich werde vorher schon mal anschreiben weil ich würde gerne mal mit dem hauptmann oder ob mir auch mit dem prinz und jetzt gerne mal ein interview führen also interview heißt einfach mal ein bisschen freie schnauze quatschen so ein bisschen von deren erfahrungen wie sie so ein album schreiben wie sie die texte machen oder also was so was finde ich mega interessant und vielleicht kommen wir ja mal dazu ich muss das erst mal und das ganze ausprobieren das ganze funktionieren aber da kommen wir noch zu und feuerschwanz dank dazu kommen wir noch und dann sage ich euch noch diese kleine kritik die ich habe unsere wunderbaren live crew für viel schweiß herzen und treuen einsatz momo jan meyer julian kuhn okay ich lass jetzt mal ja so viele namen okay das sind alles ja klar alles namen den horn von medvernichterinnen und medvernichtern welche treuen unserer seite kämpfen und immer an uns glauben ohne euch wären wir nichts alles klar freunde jetzt gibt es noch erstmal ankerfeuerschwanz dass hier diese geile geile musik und dass hier dieses unfassbare starke album rausgehauen hat oh mein gott wir haben wir noch das ja aber wollen wir natürlich auch jetzt zum ersten mal mal so rein guckt euch mal dieses roter ist das sexy sie erkennt man das überhaupt wie geil das aussieht ist das ein geiles bot meine fresse ist das geil sondern vorsichtig wieder sein hier so immer an das andere wird ebenfalls wunderbar rot sein ja auch ein wunderschön das wird dasselbe rot sein nämlich mal stark an okay freundin wir gehen jetzt in die ansicht dass ihr meine fresse jetzt auch noch mal am ende sehen könnte ich glaube ich bin jetzt einfach zu faul das ganze jetzt hinter meinem pc zu stellen deswegen machen wir das ganze jetzt einfach mal wunderbar ganz entspannt hier wie sagt ich empfinde fegefeuer als ein unfassbar starkes album mir persönlich hat das album sehr sehr viel spaß gemacht ich finde sogar würde ich noch mal eine schippe über memento mori also generell gehen jetzt einfach mal aus mit seit meter haben gefühlt vorher schon ist ja noch mal so eine neue wiedergeburt gemacht oder sowas ich mag vielleicht nämlich kling aber seit meter waren sind sie geführt jedes album immer ein ticken besser geworden und das finde ich mega mega gut weiß ich nicht für eure meinung ist haupt meine kommentare generell wie ihr fegefeuer findet wie gesagt ich finde es noch ein tick besser als memento mori und memento mori hatte schon unfassbar viele geiles songs aber hier wirklich bis auf euch jetzt vielleicht gar nicht mehr einzogen war ja auch vorhin gesagt war jetzt nicht so 100 morigen glaube ich fand ich jetzt 200 prozent nicht so mega gar nichtsdestotrotz hammer geil und der kleine funke ist es gibt keine ballade so ich hätte mir noch irgendwie eine ballade gewünscht würde ich so ganz entspannt von mir ist von weil wir hatten ja das herz eines drachen gehabt und ich weiß jetzt gar nicht mehr beim meter und sowas ich glaube überall war sonst glaube ich eine ballade auf hier haben wir es nicht aber das ist mega auf ganz ganz großem niveau die jungs kommen nächstes jahr auf tour mit organ und engels maxix also unbedingt live karten und es gibt sogar vip tickets wenn ich mir selber eins gesagt ich werde euch auf dem laufenden halten wenn ich mal dafür führe mit feuerschwanz ich liebe die band seit anfang an und ich finde die haben eine tolle entwicklung hat ich bin froh teil dieser entwicklung zu sein und wirklich wenn ihr die möglichkeit habt kauft euch dieses wunderbare album feuer von feuerschwanz es ist super geil ich bedanke mich für die aufmerksamkeit ich bedanke mich für jeden einzelnen die diese videos immer schaut bis zum ende schaut und mich auch unterstützt vielen dank dafür macht's gut und kauft euch das album